Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal mit einem anderen Spiel als Euro Truck Simulator 2 und auch mal alleine mit Team Esitaro auf der Linie 200 steigen wir mal in den Gefährtchen ein. Heute mit dem Eintracht Bandau Pool Paint, die man aus dem Workshop ganz easy runterladen kann. Der Workshop hat ganz viele besondere Dinge. Schauen wir mal den Bus. Heute ist es sehr sehr regnerig in Berlin. Ist leider nicht so schön, aber wir werden immer das beste Wetter haben. So, lassen wir mal die schönen Fahrgäste einsteigen. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Natürlich. Was kostet das? Das kostet 3 Euro, die Dame. Die mir ganz gilt, ich brauch's. Ja, aber sonst, ich hab kein Essen mehr. Hilfe. Bar. Bar haben sie gezahlt. Genau, komm ich aus Hilfe. Guten Abend. Ich benötige einen Fahrschein. Ja, an der Gegenseite ein Fahrschein. Können nicht so hinzumachen, aber ganz schön da. Und, ach, die Vernaupte. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Natürlich. A, B, C, Einzelfahrschein und auch mit Karte. Danke, ich freu die Karte nicht. Ich hab Abfahrt. Dann bist du vielleicht mal weiter dran. So, da sind wir auch wieder. Diesmal mit funktionierendem Lenkrad. Das ist sehr sehr störend, wenn das Lenkrad sieht. Ach, ich möchte nicht erkannt werden. Fahren wir auch mal los im Regen. Warum auch immer auch nicht drauf zu gehen. Die Scheiben drauf ist. Lassen wir mal die Dame vorbeiladen. Sollte ja keine Menschen überfahren. Kommt da was? Nee, da kommt nicht. Da kommt auch nichts. Können wir auch abliegen. Wir sind heute mit dem Solo-Essitaro unterwegs. Weil ich mir so dachte, warum nicht? Bremsen. Weil man muss ja nicht immer mit dem Gelenkbus unterwegs sein. Ist ja auch langweilig. Mal sehen, ob wir auf diesen Tag heute Verspätung kriegen. Ich vermute eher ja. Ich bin halt Profi. Die immer noch Verspätung. Ja, gibt Grund natürlich nicht viel zu erzählen heute. Ich dachte mir einfach nur so... Aber doch, Scheiben sind das. Das ist einfach noch nicht im Dunkeln. Ich dachte mir eigentlich einfach nur so... Kommen wir mal was anderes aufnehmen. Es wird allgemein auch noch nirre Videos nehmen als ETS. Ich bin aktuell noch so am gucken, was man aufnehmen könnte und sowas. Weil... Man muss ja auch erst mal klein anfangen. Gucken, was wir kommen könnten. Ja. An sich... Gucken wir mal. Vielleicht mache ich ja nochmal ein MicroStore oder so. Mal gucken. Natürlich kriegt seine 5 Stundenharte. Genau, wir haben mit dem Penny bezahlt. Bezahlen Sie. Los. Hallo. Bezahlen Sie. Danke. Jetzt gehen Sie weg. Danke. Und zwar... Zum Beispiel... Minecraft Party. Lässt du mich bitte raus? Danke. Mal eine Runde Minecraft Party oder so. Vielleicht mit Flip zusammen. Vielleicht auch alleine. Oder jemand anderen. Sehr unwahrscheinlich. Ich nehme mal die Scheiben ein bisschen mehr an. Du musst ja... den Regen weg haben. Weiß bis jetzt hier immer noch nicht, ob ich auf der Spiel einfach so drüber fahren darf. Laut Navi... Ja. Aber... Man kann so... Man macht so einfach eine Scholl, ja. Ich meine es nicht... Wer hört sich denn... Wer hört denn bitte auf korrekt? Verkehrsregeln hier in der Büro. Ne? Nicht wirklich. Gut, kommt mal hier in die Leben an. Und alle drinnen. Ja. Noch sind wir pünkelig. Mal sehen wie lange. Ich vermute... Nicht sehr. Wir kommen natürlich wieder auf mein Fasti an. Mein Fasti ist eine Katastrophe. Sieht man ja in ETS. Wie oft ich mich schon aufs Maul gelegt habe. Was... Was schon... Oft... Passiert... Okay, das war zu früh. Hätte ich die letzte erst dahin. Bremsen... 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 Nein, die warten nicht. Hallo, bitte. Danke schön. Rote Ampel, die ich sie liebe. Ich kenne rote Ampel, viel zu gut. Das ist wirklich, wort wirklich viel zu gut. Was es halt grundsätzlich vielleicht noch zu erzählen gibt. Wird zwar wahrscheinlich jetzt nicht mit einem wenig zu interessieren, aber das war eigentlich relativ. Und zwar habe ich mich bei meinen Verkehrsbetrieben beworben, das ist halt für eine Ausbildung zum Fahrkraft- und Fahrbetrieb. Also hatte am Donnerstag, also irgendwann später Donnerstag, ich habe das genaue Datum jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht, ich war nicht mehr im Kopf. Dann habe ich den Fachtest tatsächlich nicht bestanden. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bin doch wirklich sehr glücklich drüber. Ich werde bald irgendwann nochmal eingeladen mit mehreren Stiles. Ich werde ja auch erfahren beim Vorstellungsgespräch, wie es gelaufen ist, der Fachtest. Ich bin sehr gespannt. Ich denke ja, dass es schriebgegangen ist. Na, passt in das Schick. Macht keinen Sinn. Ich bin sehr gespannt. Wie, welche Ergebnisse ich bei welchen Heben hatte. Wo ich am meisten eigentlich kackt habe. Ich weiß nicht, ob das hier so gesunde so zu fahren, aber es ist mal relativ. Gibt es eh keine Fahrer, die Nerven finden? Ich kann ja nicht mal sagen, ja, um die Zeit bleibt keine. Und viele fahren auch und da ist genug, also. Abend. Abend. Ich hätte gerne ein Ticket. Wenn sie mir über die Farbe wird es mich nicht wundern. Einige Fahrstelle, aber warum ist der jetzt eigentlich rausgegangen? Bin ich doof? Ich bin gerade natürlich ich. Schneller. Schneller, Ding. Atom. Jo, weiter geht's. Die letzte Folge von ETS kam ja bei Philipp. Ja doch, kam bei Philipp. Es war nicht spannend. Die Folge hier kommt auch, die direkt morgen kommt. Kommt drauf, wenn wir nicht schneiden würden. Vielleicht kommt er auch erst Sonntag. Wenn Sonntag kommt, ist die Folge von Philipp schon online. Wenn die Samstag kommt, ist sie rein theoretisch, weil wir gleich die beiden hochladen, auch schon online, weil die kommt ja auf 35. Die Folge wird wahrscheinlich auch auf 15.30 kommen. Wenn sie früher kommt, kommt sie früher. Wir machen uns nicht ganz sicher. Wir machen uns gar nicht sicher, ob die Folge überhaupt online kommt. Ich habe den was noch nicht getestet, Thema aufnehmen. Vielleicht läuft sie. Vielleicht läuft sie nicht. Zum bisschen laut OBS sollte alles laufen. Warum fahren wir hier nicht weiter? Ich bin glaube ich auch ein bisschen zu nah am LKW drin. Eine Amp. Eine Amp. Könnte ich das bei Ihnen? Noch mal kurz aufstellen. Hier ist eine Vorfahrt. Warum fährst du nicht? Hallo? Warum fährst du nicht? Ach. Die Verspätung ist jetzt schon sicher. Ich habe von der Mino-Verspätung. Wieder fährt er jetzt nicht. Oder er fährt. Ja, ich bin. Schönen Dank auch. Bisschen zu spät. Ne, jetzt haben wir Fahrfahrt. Du wartest jetzt. Ja, ihr. Heutzutage Katastrophe zum Teil. Genau so schlimm wie in Umi Live. Also wirklich. Passt eigentlich welche. hoch. Oh. Möchte jemand ein- oder aussteigen? Nein. Heißt, wir können weiterfahren. Heißt, die Verspätung können wir versuchen aufzuholen. So. Mal zum Thema der Bewerbung mal. Mal sehen, wie die abläuft. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es die Top-Kriege weil es hat schon seit Jahren eigentlich einen Raum Top-Tatsächlich und seit Kindern tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wieso. hat sich einfach so ergeben. Wenn man schon den Traum hat, warum sagt man sich doch so warum nicht? Ist da nichts Schlimmes grundsätzlich an dem Job dran. Wir wollen mal wieder weg und aussteigen. Ich habe keinen Bock auf Fahrgäste. Gehen sie bitte weg. Gehen sie bitte alle raus. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die ganze Trecker aufnehmen werde. Es kommt raus an, wie lange die jetzt geht die Folge. Wenn die über die Stunde geht, dann muss sie sich nicht nochmal die ganze aufzulegen. So. Die wollen einmal, was zahlen die denn? Bar. Das ist vermutlich mit Quittung. Ja. Dann kriegen sie 20 Cent zurück. Überleg haben sie auch. Abend. Ich hätte gerne ein Ticket. Natürlich. Einzel verfallen mit dem Handy. Die Türen zu. Türen zu. Danke. Wenn das gerade eben nicht funktioniert hat. Ich bin zwei Minuten Verspätung. Ich liebe es. War mir so klar, dass ich nicht pünktlich anfangen werde. Am Friedrichshain. Am Friedrichshain. Das ist mein nächstes. Okay. Und das ist ja hier die Schwarzung. Da würde keiner einsteigen. Dann kann ich vorbeifahren. Hoffe ich. Ich hoffe, dass da niemand einsteigen wollte. Ich habe keine gesehen. Egal. Hat niemand gesehen. Hat niemand gemerkt. Außer die da vielleicht standen. Aber anderes Thema. Wir können ja auf den Bus fahren, der irgendwann in 30 Jahren kommt. Und zwar gibt es ja hier noch keine KI. Leider. Aber die soll ja mit dem Multiplayer kommen. Ich freue mich drauf. Wenn der Multiplayer kommt, vielleicht findet ja jemanden, der das Spiel hat. Mit dem ich das mal zusammen aufnehmen kann. Mal den Multiplayer mal anschauen. Aber mal gucken. Kommt dann natürlich der Rauch an. Ich muss auf dem Kip Bereich bin ich auf der Spur genau hier Bremsen. Und ich sehe diese Scheiß-Ampel schon wieder nicht. Heiß, ich muss schon wieder bisschen über den Ding treten. Was ist denn eigentlich die Linie? Ach, das hier. Ach, ich bin ja schon drüber. Ist egal. Find ich viel? Geil, irgendwie der Regen. Joa. Na, okay. Das, was hier rüberkommt, soa. Was so hier auf den Scheiben kommt und so, ist wirklich nice eigentlich. Nur die Pv bis aktuell bisschen zu wünschen übrig. Ich kann auch wieder an meiner Hardware liegen. Weiß ich natürlich nicht. Aber stimmt, ich habe vergessen, den Bell schon mehr anzumachen. Oh, schön die Fagg ist beobachten. Kann ich nicht von hier oben und da. Ich guck dir den Bell hilflicher rein. Wir fahren und mal 21.12 heißt gegen Abend. Heute so gegen reale Zeit. Dann habe ich aber nicht nochmal drauf geguckt. Deswegen haben wir 22.04 Wollen wir das spät aufnehmen? Ich weiß auch nicht. Ich dachte mir so, warum nicht. So, fahren wir mal direkt auf die Buschspur, die gefühlt bisschen eng ist. Okay, es geht. gut. Das sind wir schon gleich beim nächsten Halt. Vermut ja, dass wir nicht die ganze Linie fahren würden, sondern entweder zweiteilig oder einfach irgendwann nochmal wieder fahren. Das werden wir sehen. Hier steht niemand, heißt wir können vorbeifahren. Wir können hier gleich auch abrufen. Das gelb muss fahren. So, da sind wir auch rum. Sollte vielleicht mal wieder mit auf die Spur fahren und nicht in der Mitte stecken. Ich muss hier rüber. Kommt da was, kommt da was. So was sollte man im echt Leben gleich nicht tun. Kommt, dann kann wir gleich hier rüber fahren. Kommt, ich zieh, ich zieh, ich zieh einfach nach. Ich bin kein guter Busfahrer. Das wird sich hoffentlich noch ändern. Ob wenn ich dann eher strahlender Fahrer sehen werde, aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie das läuft. Wovide ich weiß, im zweiten Lehrjahr kann man das dann entscheiden. Aber kann man sehen, dass man bald es machen muss. Ich habe vorher nicht UPs. Es gibt Menschen, die gefühlt nie da sind. Zumindest nicht, wenn man ein Ticket putt. Ticket. Ja, ich bestelle mal, wo ist ein Ticket? Überhaupt was dort würde. Ich habe auch hier schon seit mehreren Monaten keine mehr gesehen. Existiert das überhaupt noch? Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass einfach keiner mehr bestellen tun. Der Einzige, die ich sehe, ist Hermes. Heute DBT. DBD. Hilfe. Aber der habe ich tatsächlich heute noch gar nicht gesehen. Ja. Amazon habe ich Amazon gesehen. Glaube ja, weiß ich aber gerade gar nicht. Ich weiß Amazon gestern gesehen. habe ich gerne mal Vakete abgegeben. Auch unsere Nachbarn, gefühlt immer jedes Paket haben sollen. Die bestellen sich alles dann aber gefühlt nieder. Aber egal. Ich habe tatsächlich auch vor zwei Tagen, also dem heute ist der 17. Wie von dem Tag, also der 16. meine neue Webseite rausgebracht. Ich habe die nirgendwo angegriffen oder so. vielleicht sieht hier mal jemand oder vielleicht auch nicht. Egal. Die Webseite ist mir nichts wichtiges. Die Folge wird vielleicht entstehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht lass es auch ein paar so. Ich habe da die ersten drei Folgen. Ich bin dem aufgefahren. Die ersten drei Folgen von E-Test zwar ohne Sicht von Philipp nur meine. Aktuell sind wir aber der vierten die fünfte kommt erst morgen Samstag oder heute je nachdem wann die Folge kommt oder ja ich versuche dass Samstag kommt Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben was für Videos ihr noch möchtest über was irgendwas im Micro irgendein Projekt vielleicht Philipp zusammen könnt ihr gerne reinschreiben oder was gibt es noch irgendeine andere Spiele schreibt irgendein Spiel in die Kommentare entweder mit jemand zusammen oder nicht kommt natürlich drauf an was für ein Spiel ist wenn es kein multiplayer hat ist schwierig aber zumindest mit dem spielen wo man auch multiplayer gibt wäre schön wenn hier jemand dazu schreibt ich habe recht viele spiele deswegen durch geteilt bibliotheken habe ich mehr auf jeden Fall Microsoft wird nicht das einzige sein was hier auf dem ITS und das wird nicht das einzige sein hoffe ich es wird auch nächste Woche noch was kommen eine Information Thema eine Sache die frage ich euch jetzt aber noch nicht weil noch streng geheim also glaube ich weiß nicht wie weit das schon rausgewiesen wurde von Philipp aber ich glaube die streng geheim kommen sehen kommen sagen natürlich wollen die dann nicht getrat aber besser als schwarz fahren deutlich besser für 3 euro 3 euro warum kommen sie sich doch zu teuer zu tag hatte tschüss tschüss hässlich man geht auch zu hinten man vergisst ihr mal hinten zu zu machen eigentlich sollten sie automatisch zu gehen ich müsste noch die Tür freigabe raus machen aber irgendwie funktioniert aktuell auch wieder nicht mehr normal ist es nicht zumindest gibt Autoknop da unten bei den Türen deswegen vermutet er dass das aktuell ein Fehler vom Spiel ist S und U Bahnhof Alexanderplatz Memhardtstraße das auch gehört es sind tatsächlich die originalen Ansagen die findet man auch in Deutschland tatsächlich die waren ein bisschen sehr laut gewesen wir fahren gerade zwei in KMH wir fahren immer noch zwei KMH haben wir nur KMH wir sind richtig ich bin schon am Alexanderplatz Memhardtstraße wir haben den Alexanderplatz ja geh weg von mir ich bin schneller ich würde keine Ahnung aussteigen sonst kann ich vorbeifahren ok kann ich tatsächlich Verspellung kann ich auch nicht mehr weg auf drei Minuten Alter ich habe gesprungen Hilfe Spandauer Straße Marienkirche ihr habt es gehört wo wir jetzt fahren wir sind gleich Gas einander heilig der hier will anscheinend glaube ich nur jemand aussteigen wie aus das würde jemand einsteigen wollen immer wieder schließen halt warum sollte ich hier halten hier will keiner einsteigen und aussteigen so jetzt müssen wir warten dass es die ampel mir fahrt gibt fahrt fahrt und mal hier rüber ich muss abbiegen ich bin beeilen dass ich vielleicht nur auf die drehenphase komme weil das hat ja kein einzelne genau schnell drüberfahren U-Bahnhof rotes Rathaus Rathaus ich bin kein echter Bus ist nicht wieder da kann ich fahren wie ich bin verrückt der nächste halt ist das rotes Rathaus glaube ich muss sein dass das Nikolai Viertel ist und das ist noch nicht erkannt hat dass ich vorbei bin das sehen wir ja gleich wenn wir halt Fahrt kriegen zumindest klar das kann sich jetzt auch noch ein stund schnageln ah Fahrt da ist frei warum stehen die da so weit vorne oh du fahrer ist kein guten Autofahrer rutsch mit die spurt ich hoffe dass sie da nicht einsteigen wollten das nächste halt ist komm, sag's an puh, es fahrt so schnell Bücherinsel, genau ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der Stutt bleiben darf, ich glaube nicht ne, darf ich, oder? naja, hier ist eine Buschspur bin mir dazu nicht sicher oh mein Gott Rocketsilfe die Rocketsilfe ist nicht so stark also an manchen Stellen muss das wirklich noch optimiert werden ich hab tatsächlich die Verspinnung bald das Kind eingeholt zumindest hab ich nur noch ne Minute dann ist der nächster halt Spittelmarkt genau hab vergessen zu blinken egal, hat niemand gesehen kann man ein bisschen einlenken da will auch keiner ein- und aussteigen heißt, ich kann vorbeifahren also heißt, ich kann die Verspinnung eigentlich recht gut aufhören tatsächlich ich glaube ja, das Laden der Map ist gerade sehr auffordernd für das Spiel wenn wir es nicht bessern tut dann muss ich die Folge beenden so, das machen wir jetzt hier auch dann halten wir hier jetzt mal Auslast beenden kann man es jetzt, glaube ich, noch nicht, ne? ganz schön, danke ähm naja, eigentlich äh, Schicht, oder? Schichtende ähm 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 naja ist jetzt eigentlich auch egal würde es sagen äh 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 die Folge weil ja ich will aussteigen Hilfe weil ja füllen wir den Fahrgästen hier zusammen wir pizzen's hier hier soll ich hin im Fahrgastraum dann hoffe ich euch hat die Folge tatsächlich gefallen falls ihr noch mal was für Debust sehen wollt oder anderen Spielen schreibt es in die Kommentare oder andere Vorschläge was man verbessern könnte wenn ihr wie gesagt einfach in die Kommentare schreiben ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und ja tschüss hier bin Straße